Leiner, der hat so guten Schuss drauf Da auf der Ecke ist Bewegung Ich spaw auf jeden Fall noch in der Garten Jetzt ist er im 5 Meter Radius dran Ich seh nix Er hat tatsächlich überlebt Gerade ist er nicht Ich traf doch mal eine Granate hin auf die Garni Da habe ich jetzt auch tot Achtung Granat ist raus Die hatte ich gerade Zwei Granaten raus Er ist nicht dran Ich laufe um die Garni rum Nö, ich bin mal drauf Ja, ich muss aber im Konflikt hocken Sherlock, no shit Ich seh den nicht Ich bin ja oben dran Es ist ein Bug Der muss tot sein Hier liegt der Ich hab ihn, ich hab ihn Sonst Der hat sich da einfach hingelegt Gar nicht frei Wir gehen jetzt gleich zum nächsten Punkt weiter Ich hoffe auch, der Beweger mal kommt gleich Ja Und daraus gehen wir dann auf die H-Linie weiter Ah, Kontakt hier vorne Alles voll Wo? Na auf ping Wir sind nach rechts gelaufen Phil kommt jetzt hoffentlich gleich Da vor dir Simo Verwesst los Mitlauf, Mitlauf Mitlauf Im Feld Ah, lass mich doch die Scheiß-OP hier platzieren Ja, sehr gut, sehr gut Läuft noch mehr Nein, ich hab alle vier erwischt Ari, rechts Sind sie schon durchs Tor Die kommen jetzt von hier Leg dich am besten schon mal auf, dein Büro Ja, ich suche mir ja genau eine Stelle Ich will einen Ich bin Hier auf dem Wagen auflegen Wo fischt er? Ja Achtung, Ari Ja, ich schieße Wir haben links, wo noch ganz viel Kontakt im Feld Da, wo ich bin Okay Geht vielleicht einer durch, ich sehe ihn nicht Ich höre ihn nur Versuch weiterzukommen und uns Schönen Acker-OP zu stellen Komm, steh auf, trau dich Ist tot Ja Da ist Smoke Da ist noch irgendwo einer am Feld Achtung, Ari Direkt voraus Da war noch einer Bei mir steht Bei mir steht ein OP Ziemlich genau auf meiner Leiche Ja, da wo der Ping neben war Oh, 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 oh Kann klar? Könnt ihr Der Artillerie sagen, dass die aufhören zu haben? Habe ich schon Ich glaube, ich glaube wirklich nicht, dass das Feindliche ist Ist mir zu leid Ich habe ihn schon Direkt vor mir Wo kam der denn her? Aus dem Grabenhaus Einen habe ich da Da oben am Flugzeug ist einfach Da oben am Flugzeug ist einfach Ja, die Wir haben Schließe nicht auf mich ein Hier hinten im Feld Hier steht die Garni wahrscheinlich Da ist ein komplettes Squad Kann nicht machen Warte, oder? Na ja, die nehmen jetzt den OP unter Feuer Nein, scheiße Ich war hinter denen Hätte ich schlauer machen müssen Den hier habe ich Sven, ich komme ganz gut hier lang Bin bei dir Bin bei dir Müssen wir wahrscheinlich jetzt hier unten Köpf unten halten Kleiner, der hat ja guten Schuss drauf Da auf der Ecke ist Bewegung Sehr schön So, wo war der Sporn? Wo hast du das vermutet? Ähm, vermutet hier Da war gerade eben Squad Stärke Da steht auch so kein Truck Da steht Da steht Sven, da ist Unsere Garni hinter uns Das heißt Aber das ist gerade, glaube ich, egal Die ist gerade weg Da steht auch der Truck Ja, ja Ja Hier steht ein OP OP zerstört Ach, ich bin gar nicht mehr im Discord Ja, das war für mich gute Info Die kommen immer noch aus Richtung Westen Thomas, wir haben ein anderes Problem Die haben auf Ping irgendwo einen Spawn Am Kartenrand Ich bin gerade gefallen Ah, ich bin gerade gefallen Moment Ja, ist die gar nicht weg Naja Ist ja wahrscheinlich gleich Ich versuche noch hinzukennen und uns zu retten, aber Nein! Da war noch einer Ein Panzer? Panzer auf mein bringen Ich hätte zwei Noten geschenkt für Ah ne, viel zu schnell für mich Jo Ja, gehen mal, mal sehen, ob er stehen bleibt Gut, dann oben an die andere Garni rein Die Garni steht noch Da steht ein Feind Garni Ist das ein Feind oder unsere? Ne, ist Feind Garni Ne, Feind Ok, jetzt ist unsere Garni weg Garni zerstört Guter Job Guter Job Ich war nicht mehr auf dem Boss geschenkt Ja, schön Und dann haben wir uns getradet Ich hätte jetzt dafür auch weiter nichts Garni auf Ping Garni auf Ping Garni auf Ping Aufgemacht oder so Garni, ich mag den Karni, sorry Ja, Baker und Howe sind... Ah, die sind weiter drin Wie gesagt, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, was ich noch gesagt habe Wenn ich Garni es gemacht Boah, alles gut Ja Aber wir ziehen jetzt erstmal den Punkt hier und dann gehen wir ran Der Fairness halber kannst du mich hier auch zwei Stunden bei Boah, fuck Happy, hinter dir Ja, ich hab... einen hab ich Bin mich nicht im Versuchen Du, ich bin... einer... Nee, ganz ehrlich Ich will jetzt trotzdem noch ein bisschen näher sitzen Wenn du weg ist, ist halt weg Wir hocken hier noch im Feld Ja, ja Das werden wir nicht heute hier vorne hinsetzen, ne Das ist mal ein bisschen whisky, aber Damit wir wenigstens reinkommen hier endlich Ja, vorne ganz Ich schätze Ich schätze, hier kommen die Straße hier hoch Ich hoffe mal, dass er die Garni mit dem Bombing gerade weggenommen hat Ja, komm, Fliolo, wir laufen zu weit an Eine Ecke habe ich einen Hinter uns Gott sei Dank hat er schon den OP umgestellt Was ist denn hier? Ja, ich laufe da bitte gar nicht an, wenn ich da noch sein sollte Den habe ich aufging Ja, ich bin bei dir Ich liebe die MP40, das ist meine Waffe Warst du Setschel mit? Ja Vielleicht kannst du dir da irgendwo was mal hinlegen Was? Ist doch nicht wahr Ja Da kommt jetzt einer aus dem südlichen Bereich des Caps Ja, hier nicht Ist auch nicht Ich habe eine Komponente Boah 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 scheiße aus dem kerb auch von der straße den hauptstraße auf der anderen straßenseite ja wer jetzt am op spawnt es wenn du kannst wunderbar in den panzer abballern ja wir haben antrieb und zurückkommt umfeld von rechts von dir hat gar nichts sind das war der panzer fährt durch ja 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 schade schade der hat so schön aus gezeigt schade ja es ist gut aus dem cap pferd sie ist dahinten 7 da kommt einer kann auch dass wir zu runden beginnen genau den anderen noch andersrum fight jetzt haben wie mache ich den nicht auf zwei schüsse auf den oberkörper auf 50 meter tot was ist das ja sehr schön sind hier vorne steht nur von rechts genau den habe ich von links war noch was hinter dir dommers oder happy hinter mir habe ich habe ich habe ich habe ich die haben da immer nach renken spawnen bei dem pelt oben ja dann mach mal fertig dann ich sterbe im moment im minutentakt ja willkommen im club ich glaube sekundentakt trifft es eher da nicht in mg klagt das ist jetzt so hart keppiger als ich ähnlich scheiße nur ohne ohne aber jetzt habe ich es woher so kommt aber hier wir smogen da hinten ist alles frei aktuell das ist nicht unsere bewegung bewegung wir bleiben aber erstmal hier die straße und haufen wahrscheinlich gar nicht kommen 75er guck mal raus bleiben wir in der verteidigung oder wir bleiben jetzt erstmal hier infanterie noch auf ping achtung stand auf die gar nicht ich bin auf dem der qualmt schon jetzt noch eine hinten rein ja genau ich hab nix er macht jetzt ja scheiße da wollte einer eine satchel dran machen das hat nicht geklappt ist ausgestiegen jetzt bin ich tot da jetzt eigentlich drei panzer oder einer ach der penner ich habe jetzt 75er 76er und greyhound gemeldet bekommen also zwar wahrscheinlich also greyhound also am ende des tages war es ein eigener panzer oder sofort wahrscheinlich ja genau übelwagen